Vereinigung durch die Straßen, durch den Knast, durch den Filz, gab die Unterkunft, beheizt das Schied, was ein Militär, Schwerbewaffe wie die Bundeswehr, in eure kleinen Stadt zurückerstellt, euch in der Stelle Stück für Stück, weshalb nichts mehr überspringt. Auf Entfernung eines Zutaten, der Zuschauer was bestellt, köstlich, Kuss geht raus an den Unbekannten, ja, morgen passt gut zu der Uhr, so, ja, wo stellen wir das denn hin? Leih, belastet. Ich glaub um dich, weißt, dass du's schaffst, glaub um dich, Homie, weiß, das Leben ist nur Mut und wirkt dein Herz, und das die Lose, die wir zogen, leider mehr als Schwer sind. Ich will nicht telefonen in diesem Fest, ich will dir Liebe, Liebe und Trost wieder nicht Schmerz, Bruder. So, Freunde, ich bin mit dem Ehrenbruder am Spazieren in Apfelberg, auf ganz entspannt. Das ist hier irgendwie jetzt mal wieder Baba. Vorne sind die Rehe oder whatever, die da chillen. Also wir haben jetzt ungefähr für dieses Stückchen hier bestimmt zehn Minuten gebraucht, weil er nur... Ehrenwert. Ne, Kylo? Warte da. Und komm her. Fein. Völlig voll gesammert. Ehre. Boah, Bruder. Die haben heute eine Stunde gebraucht. Ich bin fast durchgedreht, aber den Jungs verzeihe ich das. Ehre, Ehre. Köstlich. Knoblauch. Beste Leben. Also manchmal fragen mich eigentlich auch, ob die Leute mich verarschen wollen. Das Paket ist gekommen, Digga. Schaut mal. In diesem Paket ist das ursprüngliche Paket. Wollt ihr mich komplett verarschen, oder was? So, Freunde. Man mag es kaum glauben. Sportgerät hängt. Habe es gerade schon getestet. Fast ohnmächtig geworden. Aber da werde ich jetzt Tag für Tag Klimmzüge dran machen und immer Stück für Stück mehr.